Moin und ganz ganz liebe Grüße von mir. Heute seht ihr mal die Morgenroutine von meiner Katinka und man sieht das, die Katinka, genau wie ihr Härchen, ist so ein wenig morgenmuffelig, also frühmorgens ist das auch noch nicht viel mit Action und Bewegung. Also der Herr Mück ist ja, dachte ich öfter schon, das totale Gegenteil, der steht um 4 Uhr auf und hat Power ohne Ende. Bei der Katinka ist es auch, man öffnet so langsam die Augen und überlegt sich, was der Tag so bringen könnte. Also sagen wir mal so, wir beiden sind geschillter früh am Morgen unterwegs und drehen und legen uns dann doch nochmal auf die andere Seite. In dem Sinne, ganz ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Video. Alles alles Gute und ciao.